Hallo und willkommen zu meiner Analyse eines simplen und extrem primitiven Prospekts. Das gedacht ist als Werbung für den Verkauf von, naja Islam, um das anzukurbeln mit Falschaussagen, die schnell nach hinten losgehen, sobald sie näher untersucht werden. Anstatt jetzt das Verständnis, also was Islam ist, die Bedeutung, der Inhalt, Anwendung und Ergebnis, anstatt das mal alles zu vertiefen, wird dreist etwas verbreitet, was wissentlich falsch ist, um andere zu täuschen. Durch eben diese primitive Propaganda. Und es ist eine arglistige Täuschung, denn es ist eine Täuschung über Tatsachen, die vorsätzlich erfolgt. Der Täuschende also weiß und will, dass sein Verhalten zu einem Irrtum des Getäuschten führt. Und heute zeige ich, was passiert, naja, wenn unehrliche Islamapologeten mit aller Macht versuchen, etwas in den Koran rein zu projizieren und sich dabei bis auf die Knochen blamieren. Anstatt über den Islam zu informieren, geht es um Wissenschaft. Und das Gegenteil von Wissenschaft, Wunder. Weil Wissenschaft ist ein Prozess, der Naturphänomene untersucht und Wunder sind ein Vorgang, der eben dieser Natur zu widersprechen scheint. Die beiden Begriffe sind also unvereinbar miteinander und daher abzunehmen. Mit leisem Kopfschütteln bitte. Und weil der Islam so schwach ist und Koran, Mohammed und der Gott des Islam nicht helfen, naja, da brauchen verzweifelte Muslime eben solche Prospekte, die diesen Menschen, die eigentlich arm dran sind, dann etwas Bestätigung zu geben. Und diesen Teil der Einleitung wiederhole ich jedes Mal, um sicherzustellen, dass es jeder versteht. Damit jeder versteht, dass es hier nicht nur um ein bisschen Flunkern geht, sondern Betrug im großen Stil. Um zahlende Mitglieder zu bekommen, um das Pyramidensystem der Götterpunkte aufrecht zu erhalten. Und das ja im Islam so extrem wichtig ist. Das erkläre ich später mal in einem eigenen Video. Also hier und heute geht es um eine eher, naja, eine alberne und kindliche Behauptung. Aus dem Prospekt, das den Koran zitiert und daraus eine extrem alberne Behauptung ableitet. Und das dann auch noch als wissenschaftliches Wunder bezeichnet. Ein Oxymoron. Es zeigt, wie verzweifelt Islamapologeten tatsächlich sind. Naja gut, und hier im Prospekt, hier steht etwas über eine Nasia. Was in drei Kapiteln im Koran erwähnt wird. Kapitel 11, 55 und 96. Und irgendwas mit einer Stirnlocke. Und sie werden an ihren Stirnlocken und Füßen erfasst werden. Werden wir ihn bei der Stirnlocke, der lügenden, sündigen Stirnlocke ergreifen. Ja, was denn denn nun wieder? Und warum wird das im Prospekt nicht übersetzt, wie der Rest? Naja, weil es dann kein Wunder mehr ist. Es muss auf Altarabisch stehen, damit es keinen richtigen Sinn ergibt. Denn mir ist kein Habeschl bekannt, dass je in der Geschichte der Menschheit so etwas wie eine Sünde oder eine Lüge hervorgebracht hätte. Und der Hirnforscher und Neurowissenschaftler Henning Beck sagt zu diesem Thema. Was passiert bei uns im Kopf, wenn wir lügen? Ja, also das Gehirn muss da mehrere Areale anwerfen, die sonst gar nicht so gebraucht werden, wenn wir normal sprechen. Also genau das Gegenteil von dem, was im Koran steht. Kein limitiertes Gebiet im Gehirn, im präfrontalen Kortex, sondern sehr viele unterschiedliche Regionen im Gehirn. In der Broschüre hingegen wird als Referenz ein Buch genannt, Essentials of Anatomie und Physiologie. Wobei nicht nur der Titel falsch ist, sondern diese Versage haben auch noch den Inhalt. Wo der Mechanismus erklärt wird, also in welchem Bereich die Artikulation der Sprache stattfindet. Das, wie man etwas sagt. Und die haben das verwechselt mit dem, was man sagt. Ey, das ist doch nur eines, blamabel. Denn, naja, das Wunder, das, was hier jetzt rein projiziert werden soll, das ist, dass diese Locke, diese Stirnlocke, dieses Habischel, was ich schon seit meinen 40ern nicht mehr habe, an einer Stelle am Kopf sein soll, die im Gehirn darunter genau die Stelle ist, die für Lügen und Sünde zuständig sein soll. Und das war damals, als der Koran verfasst wurde, noch nicht bekannt. Also ein unerklärliches Wunder. Echt, so soll das wohl ablaufen. Und Millionen von Muslimen plappern das dann auch noch nach. Die unehrlichen Islamapologiten des Werbeprospekts hier haben zwar das Diagramm aus dem Buch, wie hier gezeigt, rauskopiert. Nur ist der Zusammenhang mit dem sündigen Verhalten schlicht und einfach nur erfunden worden. Wir haben ja gerade gehört, dass der Fachmann, der Experte hierzu sagt, dass verschiedene Areale im Gehirn dafür zuständig sind, wenn wir lügen. Was ein höchst komplexer Prozess ist. Aber wie peinlich das hier alles ist, das zeigt ja das Diagramm, in dem das Assoziativareal mitten im Gehirn liegt. Nicht vorne irgendwo. Und dort steht ganz klar, The frontal lobe is important in the control of voluntary motor functions. Und dann kommt noch Motivation, Aggression, Mood and Olifactory Reception. Das heißt, die Autoren des Werbeprospekts haben hier nichts verstanden und lügen sich in eigene Tasche. Und als ob das noch nicht genug ist, wird jetzt auch noch der gute alte Moor aus dem Hut gezaubert. Mitsamt dem Scharlatan Sindani. Ohne zu sagen, was da eigentlich genau gesagt wurde. Naja, und hier habe ich dann wohl versagt, da ich diesen Text nicht ausfindig machen konnte. Tausende von exakt identischen Verweisen auf den Text. Aber nie den Text selber. Lediglich ein YouTube-Video, wo wieder exakt das gesagt wurde, was ich schon vorhin gefunden habe. Dass hier das Sprachzentrum liegt, wo Wahrheit und Lüge gleichermaßen gesagt werden. Also die Sprachgestaltung, aber eben nicht das, was gesagt wird. Wie schwach muss ein Buch sein? Und wie schwach der Inhalt dessen, was beschrieben wird, wenn solche hilflosen Klimmzüge nötig sind, nur um zu versuchen, dem Ganzen etwas Substanz zu geben. Aber, na jetzt mal ehrlich, wo kommt denn das überhaupt her? Naja, Vieh hat man, wie Pferde oder Kühe, also Vieh oder auch Ziegen oder was immer, die hat man an den Haaren auf der Stirn dirigieren können, ob sie wollten oder nicht. Es ist also eine Metapher, eine Analogie, wie die Art, naja, wie Sünder zum Schafott gezerrt wurden. Mehr ist da nicht. Da ist nichts mit Wissenschaft und nichts mit Wunder. Naja, das war es dann auch schon mit dem Koran und der lügenden Stirnlocke, die mir schon seit dem 40. Lebensjahr fehlt. So perfekt bin ich hergestellt worden. Naja gut, und schon wieder wird uns demonstriert, was im Koran steht, stimmt nicht mit der Realität überein. Und das, was in der Realität, also der Wirklichkeit, was da passiert, steht nicht im Koran. Ciao vonau, bis zum nächsten Video. Und da geht es dann über mehrere.